DraceCold 2920 Bitte schön Geachtete Wilde, Sie im Lande jenseits der grünen Mauer sind noch nicht gleichgeschaltet Das sieht man schon in Ihrem Kleidern an Ich zeige Ihnen nun eine ganz besondere Kollektion Bitte folgen Sie mir Ich stehe auf Jeans Ja natürlich Jeans Oder kann sich einer ein Leben ohne Jeans vorstellen? Jeans sind die edelsen Hosen der Welt Das Korsett Das Korsett ist ein Instrument der Verstümmelung Die Talia wird so zusammengeschnürt, dass die Trägerin sichtbar geschwächt wird Die so erhöhte Gebrechlichkeit löst das Beschützerbedürfnis des Mannes aus Ein blauer Frack aus grobem Tuch, darunter ein gelbes Chilie, Stiefel dazu und Hut Was ein Kleid nicht alles auslösen kann 1774, Johann Wolfgang Goethe ist 25-jährig und publiziert seinen Roman Leiden des jungen Wirters Wilhelm, mein Freund, du hast recht Mir wäre besser, ich würde mich von Charlotten entfernen Lotte Lebe wohl Lebe wohl Lebe wohl